Servus Leiden, wir sind es wieder, 6 Series. Heute in Innsbruck auf die Enduros unterwegs. Genau, wir machen heute eine No-Hand-Riding-Challenge. Das bedeutet, wir suchen Hindernisse, probieren die freihändig zu fahren und ja genau, das war's. Übrigens, Gratulation, wir haben das Shop-Opening gut überstanden diesmal, ohne Komplikationen. Genau. Dann, hinter der Kamera haben wir heute den Instagram-Fotografen Nummer 1, der die meisten Fotos von uns war, den Hannes Berger. Das folgt sich mal auf Instagram. Genau. Ich würde sagen, let's go. No-Hand-Riding-Challenge, here we go. Erste Challenge. Und zwar, wir fahren da frei, einen Blick da rüben an, vorne da rüber und zwar da so Slalom hoch und da wieder runter. Genau. Wär's also eh schon schaffen. Jo. Fangt an. Da ist einfach wieder. Ja. Schere, Stein, Papier. Aha! Erster Sieg 2018. Geht wieder mal an den Unschlagwahn. Fabio, flippen wir, ripen wir. Bäm. Oh! Was ist das nächste? Nächste Challenge würde ich sagen, da drüben, über die Stiegen runterfahren. Über die Stiegen runterfahren. Also komplett ganz runter über die Holzstiegen runterfahren. ah ja sind wir nicht. Dann sind wir nicht. Die Stiegen runterfahren. Walg mir zurück. Hau. Was ist das? Was ist das? Bäm. Was ist das? Ich habe aufhör. Ach, das war ein Beachmodell. Aus. Was du kannst, kann ich schon lagen. Der Bucht geht eindeutig an mich. Nächste, wir gehen wieder der Dumme rund um den Baum herum. Jetzt bin ich gespannt, wie das funktioniert. Ah! 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 Jetzt geht's langsam. Ja! Ja! Piu! Aber der Punkt geht an mich. So, nächste Challenge. Und zwar, da drüber fahren über das Betonteil. Da hinten wieder rauf. Hinter den Bänken. Und dann wieder runter. Ja. Ja. Let's go. Ibn Brand. Ja. 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 Ich glaube, ich lasse es, weil ich eine Runde war, ich bin auch noch umgekippt, aber eine Runde war ich. Okay, gehen wir zum nächsten. Das Next One, jetzt kommen wir um, da drüben ist eine Stiege und probieren wir mal, die Stiegen zu fahren. Fabio, ich stehe über die Stiegen runter. Ich bin da gerade runter. Ja, gerade runter. Bei dem kacke ich mich tatsächlich ein bisschen an. So wie es aussieht, war das zu easy und ich würde jetzt sagen, wir fangen die großen Stufen ab. Okay. Was? Jetzt muss ich wieder starten. Ja. Das ist echt nicht so einfach. Da musst du echt hinten bleiben. Danke, danke. Danke, danke. herzliche gratulation bitte kurz applaus auf jeden fall die laden ist repariert wir sind wieder da und ich kann ja die no hand landing so gut wir fahren voran und da oben und weiterfahren das war's eigentlich schon mal so wie dumm ist das war wohl nichts war der vorher Überhaupt über... Okay, der war echt nicht schlecht. Okay, das mache ich noch. Kein Problem. Leute, ohne Klicks. Schaut auch. Wir fahren mit Flats. Ohne Klicks. Danke. Danke. So, was ist jetzt so gescheiter noch ein Landingräder? Ich auch. Nach genauen und detail analysierten Replay haben wir beide die Hände vom Lenker genommen, bevor wir gelandet sind. Aber du hast es vor mir geschafft, eins. Jo. Passt. Dann, next one. Last. Ja, das wird die letzte Challenge. Genau. Das wird das letzte Game. Jetzt bin ich an der Reihe. Ja, das ist richtig. So, letzte Challenge, letztes Game. Und zwar da rauf und über die Transition. Da über die zwei Hocker drüber. Und dann da runter. In die Teufels Hölle. Und da ist der Absatz, das wird, glaube ich, ziemlich tricky, das Ganze. Du bist jetzt an der Reihe. Jo. Let's go. Ich habe mich einfach angeschissen, um die Hände weglassen. So habe ich mich jetzt angeschissen. So habe ich mich jetzt angeschissen. Ganz schnell. Alter. Ich habe gedacht, ich bin viel zu schnell. Viel zu schnell. Boah. 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 Ja, bist du Teffert. Verabschieden wir uns vom Game. Verabschieden wir uns vom Video. Es hat echt mega Laune gemacht. Das war echt ziemlich geil. Probierst du es vielleicht mal selber daheim aus, wie tricky das ist. Ja, da kann man echt ziemlich gut damit spielen. Genau, der Online-Shop hat letzte Woche aufgemacht. Schaut mal eine. Link findet es da oben. Danke an Hannes Berger fürs Filmen hinter der Kamera. Vielen, vielen Dank. Folgt uns mal auf Instagram. Genau, da steht sein Instagram-Name. Folgt sich serious. In dem Sinn würde ich sagen, Merci und bis zum nächsten Mal. See you later, Alligator.